Die Bauindustrie wird immer komplexer. Von der steigenden Anzahl der Beteiligten über sich verändernde gesetzliche Regulierungen bis hin zum Informationsüberfluss. Eines ist klar, Fehler haben hier keinen Platz. Aber jetzt gibt es eine deutlich effektivere Möglichkeit, um Projekte zu entwickeln und auszuführen. Building Information Modeling, kurz BIM. BIM vereint Design, Planung, Konstruktion, Betrieb und Wartung eines Gebäudes in einem einzigen gemeinsamen Datenmodell. BIM ist ein Prozess, der alle Beteiligten gleichermaßen einbezieht. Architekten, Planer, Bauunternehmer und den Bauherrn. Dabei liegt die Stärke von BIM darin, dass Informationen einfach und schnell nutzbar und für alle verfügbar sind. Planer und Berater haben in einem BIM-Projekt zum Beispiel jederzeit Zugang zu unserem aktuellen Planungsstand und das in einem einheitlichen Format. Durch BIM lässt sich ein virtuell geplantes Bauprojekt schnell und einfach in die jeweiligen Gewerke, wie zum Beispiel Elektroinstallationen, aufsplitten. So können wir Mengenermittlung durchführen, was eine schnelle Kostenkalkulation möglich macht. Mit BIM ist unsere Kommunikation und Zusammenarbeit deutlich einfacher und direkter geworden. Das bedeutet ganz konkret, dass wir weniger Korrekturschleifen und auch geringere Verzögerungen haben. Was jetzt noch fehlt, sind die notwendigen Sicherheitslösungen, die direkt in diesen Prozess integriert werden können. Als ein weltweit führender Anbieter für Sicherheitslösungen ist Bosch von BIM absolut überzeugt. Bosch-Produkte sind relevant für alle Phasen in einem Projekt. Von Planung und Design über Systemintegration bis hin zum Facility Management. Architekten und Planer können mit den Bosch-BIM-Dateien ganz einfach arbeiten. Zum Beispiel können unterschiedliche Kameramodelle direkt in die Entwürfe eingebunden werden und dabei Objektivauswahl, Auflösung und andere Einstellungen modifiziert werden. Da der BIM-Prozess für alle Beteiligten komplette Transparenz bietet, können mögliche Konflikte auf allen Ebenen rechtzeitig identifiziert und behoben werden. BIM vereinfacht die Kommunikation, Koordination und Planung aller Beteiligten und spart so wertvolle Zeit, Kosten und Ressourcen. Bosch-Sicherheitssysteme ist bereit für BIM. In Zukunft werden wir das Angebot an BIM-Dateien und passenden Tools Schritt für Schritt erweitern. Unser Ziel? Intelligentere Sicherheit und effizientere Zusammenarbeit. Maximize Planning with Bosch and BIM Billion Läser Läser